Lange habe ich keine Open-Air-Tournee gemacht und jetzt geht es wieder los. Das sind wunderschöne Momente, wenn man anfängt beim Sonnenschein und wird es langsam dunkel. Meine elfköpfige Band, die wollen dieses Mal ein bisschen so Rocky gespielen. Ich bin gespannt. Ich liebe Rockmusik, das wusste ich nicht. Und wir machen natürlich den ganzen Hits, aber die klingen immer ein bisschen, sagen wir mal, erdiger. Ich hoffe, ihr seid dabei. Es wird schön. Ich bin gespannt.